Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Matthias von Social Barney Marketing und heute zeige ich euch, wie ihr Zertifikate bekommen könnt, für beispielsweise euren Lebenslauf, euer LinkedIn-Profil oder sonstiges. Auf der Seite elearningcollege.com könnt ihr euch erstmal registrieren bzw. einloggen, falls ihr schon ein Konto habt. Und dann geht ihr auf My Courses und dann Enroll for another course. Da seht ihr einige Kurse, in denen ihr beitreten könnt. Die sind alle kostenlos. Und in diesen Kursen sind meistens PDF-Dateien, die ihr zum Durchlesen bekommt. Wie beispielsweise in diesem. So, so schaut das aus. Das sind in diesem Fall zwei, vier, sechs, sieben Seiten, die ihr euch durchlesen müsst. Und danach bekommt ihr eine Prüfung. Und genau, bei dieser Prüfung werden euch ca. 15 bis 20 Fragen gestellt zu diesem Text. Und wenn ihr diese Fragen besteht, bekommt ihr ein Zertifikat. Das Zertifikat könnt ihr herunterladen. Das gibt's da genau. Und ja, da könnt ihr das Zertifikat herunterladen und beispielsweise für euer LinkedIn-Profil benutzen oder für euren Lebenslauf. Das kommt natürlich bei Arbeitgebern sehr gut an. Zeigt Interesse, zeigt Engagement. Und ja, wie gesagt, alles ist kostenlos. Und es sind sehr einfache Aufgaben, die auch für Leute ohne Vorkenntnisse sind. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich über ein gleich fahren.